Was können wir jetzt hier machen? Da können wir eigentlich nichts machen. Boah. Vielleicht den Honigtopf. Der muss vielleicht auch mal weg. Entschuldigung, Herr? Was willst du jetzt, hä? Ähm... Okay. Ganz schön. Du bist ganz schön erklärt. Sie sind krank, hä? Sehr flamig. Wow, du bist ziemlich observant, hä? Sehr irritant. Vielleicht ist es, weil deine Klappen zu klein sind. Denkst du, warum hast du krank? Natürlich. Natürlich. Das verdammte Arbeitsplatz ist voll mit Problemen. Du kannst uns nicht richtig Arbeitsklappen oder Tissue geben oder... Warte, warte, warum erzähle ich dir das? Ich werde nicht wieder nach Janitor und Apprentiss verabschieden. Du bist krank, Mann. Man lädt immer dazu. Also in der Hölle ist es kalt. Da friert's. Ähm... Was ist das, was du benutzt? Einen Art von... Rock? Ein Schrappchen. Das macht Dinge scharpe, die nicht scharpe. Kann ich... Vielleicht... Pretty please... Borrow it for... Get your own from the utility closet. Alles klar. Machen wir gleich. Hat er denn vielleicht einen Gefangenen gesehen? Have you seen a bear prisoner? Did anyone come in here after me? Do I look like a surveyor of prisoners to you? Jeez. Get lost, kid. Okay. Ja, das... I'm going now, mister. I'll visit you later, okay? No, don't. Really. Just... Don't. Können wir ihm das Tuch nicht geben? I think you could use this more than me. Here. It barely helped. Thanks for nothing. Get rid of it, will ya? It's gross. Yeah, no kidding. You're welcome? Bitte, was? Nice. Yeesh. It's all thick and gooey and... This is the grossest gross thing I've ever touched, ever. Okay, we're gonna see. Mixing. Nein! Something a little thick and creamy for texture. Oh, nein! This will do quite nicely. So, that guard at the mansion wanted a drink, huh? If I want to make it like he asked, I still need something juicy, something sweet. But even if I finish it, will it be enough to get past him? I wonder. Perhaps I should keep an eye out for anything I can add that can, uh, help along my chances. I'm so scared. The can is not much use here. Okay. This is definitely something sweet. So, that guard at the mansion wanted a drink, huh? If I want to make it like he asked, I still need something juicy. But even if I finish it, will it be enough to get past him? Softy. I wonder. Perhaps I should keep an eye out for anything I can add that can, uh, help along my chances. Saftig werden die Dinger vielleicht, also nur Wassermelonen saftig. Aha! Something juicy. This is super juicy. How to get the melon open, though. Hmm. The can is at much use here. Not a bad idea. But the guard seems to eat quite a lot. So chances are, he's used to them. I don't, they'll help me get past him. No. I'll need something more... effective. Ah, yes. This is how we can get past him. The melon open. Once and for all. Ah, yes. This is how we'll get this melon open. Once and for all. Kind of. Aw, Trat. How disappointing. Ja, sagt er sie schon, sagt er sie schon. Können wir dich nicht einfach... Ähm, kann er das vielleicht nicht? Ich weiß nicht, ob er damit so schnell verpasst wird. Er scheint ziemlich verpasst zu ihm. Hä, ich will mit dem Henker quatschen. Oh, oh mein! Ähm, vielleicht will er hier... Ähm, Sir? Könnte ich vielleicht dich interessieren und... Keine Rede, nur Chop. Oh, oh mein! Vielleicht kann er mir helfen. Oh, hallo da, Junge! Ich, ich verstehe nicht. Was hast du... Aber warum wollen sie, du weißt... Oh, it's a bit of an unfortunate mishap, really. The official reason is high treason, though. Or so they say. Hey, that's like me. I did that, too. Well, apparently. I think it was just Winfrieda's lie to get me locked up. But why everyone is obeying her, I just do not know. Winfrieda? Winfrieda locked you up, too? Oh, deary. Wait, Winfrieda put you here? She... she did this to you? They are going to... because she... I was just on the ladder, attending to the garden is all, when... when I saw... it was her room. A secret room in the castle. It was horrible! Oh, dear me! Okay, was hat er da gesehen? What did you see in this room? What was so horrible? Winfrieda, she's... not who she seems. She changes the way she looks. It's... it's... witchcraft! And that's not all I saw. I saw... plans. Many, many plans. On the floor, on the walls, on the blackboard. And inside... inside she was building something. She was building some sort of... cage. Cage? If not for me, then... Ben? Could it be? What did these plans say? Oh, I'm not sure. There were lots of numbers and diagrams, and I am just a simple old man. It leaves me wondering it does. Like the deep thinking Pagonia. That's it. If I get out of here, I have to find this room. Okay. Aber... er smart, ne? Winfrieda has a room in the castle? The... royal castle? But... why would she have... City queen? Oh, but of course. Where else would she keep her room? Why, Yon-Wan, she's our new queen. No. It can't be. It can't. Winfrieda, the... the queen? Well, not yet. She's to be married any day now, though. To remarry after Yannake so quickly. It is a shame the queen has acted so unlike himself of late. Such a shame. Oh, queen Yannake. Only the great Gerbera had such happiness and joy. Um... What is it that you keep doing with the naming? Are they flowers? Oh, yes. I'm sorry. I do enjoy nothing more than being with my flowers. I feel everything through them. I'm a gardener, you see. For the royal family. For... oh... many, many years. Well was, I suppose. Oh, Wilfried. Don't apologize. That's so sweet. Such a caring, gentle gardener doesn't deserve this. Oh, you say such kind words, Yon-Wan. You warm this old heart of Wilfried like a pepper flower, you do. Why, I feel as... as... giddy as the sleep spores of the pacificac I do. Okay. That flower you mentioned, with the sleep spores. Uh, pacificac or... cac? Oh, the pacificac, yes. Such an alluring, bright, beautiful thing it is, too. But to be handled with the utmost care. It isn't deadly by any means, but its spores can knock you into a sleep that lasts for days. Hmm. Would this flower be difficult to find, then, by any chance? Oh, no. Not really. It is a relatively common species, but quite similar to a number of others, too. I could draw a picture of one to show you all its details, if you like. Oh, yes, please. You have something to draw with? Oh, yes. I always carry a pencil and pad with me. Oh, but... oh, my hands. They're a little tied up, I'm afraid. My apologies, Yon-Wan. No, no, I'm sorry. That was silly of me to ask. Maybe once I help you get out of here, you can draw for me, huh? Oh, yes. Of course. Of course. Okay. I should probably get going now, mister. See if I can get all of us out of this place already. Yon-Wan, I may have misheard you. Get all of us out of here? How do you mean? Apparently, I just have to get some kind of form signed, and then I can take others with me. All I need is a signature from this devil guy. No, no. He won't. Yon-Wan, we are here because he willed it to be so. He will never let us go. Believe me, Yon-Wan. Whatever evil exists, he has been a part of it. Okay. I don't really know anything about that, but I still have to at least try, Wilfred. I have to. Oh, dear. Please, be careful. Alles klar. Wir müssen wahrscheinlich dieses Schildübungs umstellen, damit hier die Guillotine benutzt werden kann. I'm not sure, moving it around myself is going to fool the executioner. Okay. I'm not sure, moving it around myself is going to fool the executioner. Can we take the cables here? No. Uh, that's the executioner's job, not mine. Huh? I don't think my power will work on this. It's okay. There's a lever behind for operating it. Telemenesis isn't necessary. Hm. Hm. Hier kann ich nix vorstellen. Die Fackel. Easy go. Diese Torche seien ziemlich gut zu der Woll. Ich denke nicht, ich werde sie nicht nehmen können. Kann man vielleicht irgendwas in Brand setzen? Was, was? Ähm. Müll, Müll. Schöner Wilfred. Wenn ich etwas nicht tun werde, dann wird... ... er wird... ... er wird... ... ah, ich muss ihm helfen. Bolt! Wer geht da? Ich werde euch auf e... Ah, ah. Ah, ah. Das hat mir schon... Also, wir könnten jetzt hier zum Beispiel... ... facken, brauchen wir nicht. ... spinnen, mas auch nicht. Hm. ... eventuell die Wettsteine. Aber hier eine Regal, da könnte man eventuell etwas schwer damit nehmen. Möchte hier unser lieber Freund eine Dose? Hey, so... Wie dann vielleicht ich hier die Seite mit dir? Und du lasst mir einen kleinen Blick in diesen Raum. Breibe? 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 Breibe! 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 Okay, okay. Geeze, setz dich auf. Und ich dachte, ich war ein bisschen ein Goodie-Two-Schoes. Das Alkohol von der Ziege. Okay, ähm. Okay, die kriegen wir sonst nicht hin. Ab, sonst was, was mit dem Schild? Es ist gut, wo es ist. Echt? Das wäre nicht unbedingt messig. Okay. Warte, warte, warte mal, Napf. Bleh, nein, danke. Warte mal, können wir die Ziege nicht mit Brot wieder reinpacken? Oh mein Gott! Hey, warte mal einen Moment. Diese sind alle Brot. Und sie sahen auch so gut. Ich glaube, jemand hat sogar weniger Hoffnung, in die Trollen, die das Raum schlägt, als ich dachte. Oh, oh. Oh, der ist aber... Wo ist denn neu? Wow. Hehehe, ich wundere, was Grandpa würde sagen, wenn er mich mit diesem gesehen hat. Äh... Nur eine normale Brot. Die Trollen hier sind so Litterbugs. Äh... Nein. Ich glaube, ich könnte es benutzen, um Dinge zu verbinden, aber es ist nicht wirklich groß genug. Okay, vielleicht... Vielleicht den... 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 Den Honigstopf? Hm! Ja! Dieses Ding könnte definitiv benutzen, um die Schmerzen zu trinken. Oh, aber wenn ich alles versuche, zu füllen, es hat nichts mehr zu gehen. Ich will nicht nur auf dem Boden gehen. Okay. Äh... Toilettenpapier... Es ist nur Toilettstuhl. Und ich tue keine von den Toiletten hier, danke sehr. Das scheint nicht funktioniert. Ah, hallo! Äh, ich meine... Bäh? Ist das nur ich? Oder ist er mich lachen? Gut, äh, wir fragen mal Reinhardt, ob er vielleicht, ob uns Reinhardt mit dem Schild helfen kann. Können wir ihm vielleicht den Wettstein geben? Nach dem letzten Mal? Dieser Mann hat nichts von meiner lustigen Sachen. Dann nicht. Auf zu meiner Zelle. So, äh, was haben wir denn jetzt so schönes hier? Wir können ja jetzt so ein bisschen was machen. Fangen wir mal am Gitter Reinhardt nochmal nach. Ah, Reinhardt? Bist du da? Guten Abend, mein Lieber. Hast du geholfen? Ich werde dann immer nachher schauen. Mal sehen, ob ich etwas finden kann, um mich aus hier zu helfen. Sehr gut, mein Lieber. Wenn du eine Möglichkeit für meine Unterstützung findest, nimm meinen Namen hier. Ich kann nicht weit, mein Lieber. Alles klar. Alles klar. So, also wir können hier auch nur in die Richtung hier gehen, also nicht in die Richtung hier. Matratze haben wir ja schon fertig, ne? Ich habe meine Scheriff für den Tag inspektiert, glaube ich. Wie sieht es hier mit der Toilette aus? Wahrscheinlich nicht. Warum denn nicht? Wahrscheinlich nicht. Schade, ich dachte, da kommt noch mehr. Okay, wir gucken mal weiter, was, 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 was könnten wir denn... Ich kann nicht nur Wasser in meine Hand nehmen. Ich brauche etwas, um es in die Richtung zu geben. Das Ding war leer. Wassergefüllte Dose. Ah, nein. Ich glaube, ich könnte es, um Dinge zu verblenden zu sehen, aber es ist nicht wirklich groß genug. Okay. Ähm, wir gehen da zum Galgen nochmal. Könnten wir ihm hier vielleicht jetzt ein bisschen Wasser anbieten? Könnten wir ihm hier vielleicht jetzt ein bisschen Wasser anbieten? Ähm, Sir? Könnte ich vielleicht dich in... Keine Rede. Nur Kopp. Oh! Oh mein! Ja, der kann doch, wenn er will, kann er das da... da... Nein, das bedeutet nicht, Kopp. Ach, warte, 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 warte. Nicht... leider nicht scharf genug, ähm... Aha! Just like that guard was doing with his knife. Phew! There, all done. All nice and sharp now. Let's just... not tell the executioner man about it, or he might allow its use again. Success! Yummy Melon for Anna! Aha! Aha! Something juicy. This is super juicy. I can't blend anything with it like this, though. Blender is broken, sadly. Stimmt, der war ja kaputt. He looks pretty involved. I wouldn't want to disrupt it for him. Ah, wo ist der... Wo ist der... Wo ist der... Der, der, der das ganze wichst... Ich sag dem Henker mal eben bescheu... Ich sag dem Henker mal eben bescheu... Keine Rede, nur Kopp. Oh! Oh mein! Hi! Ähm... Entschuldigung, Sir? Hm? Hm? What do you want now, huh? Ähm... I'm going now, Mister! No! Ich wollte jetzt eigentlich nur mal nachfragen gegen den Mixer. After that last time? This guy deserves none of my neat stuff. So, that guard at the mansion wanted a drink, huh? If I want to make it like he asked, I still need something juicy. But even if I finish it, will it be enough to get past him? I wonder... Perhaps I should keep an eye out for anything I can add that can... Ähm... Help along my chances. I should try something else. There's no use. Even if it wasn't locked, I wouldn't get far before I'd be thrown straight back in by the guards. It looks like I'm getting out with the devil's permission, or I'm not getting out at all. I could pull something down, but... There's a lot there. Maybe I should look and see if there's anything I want first. Well, it could make for a good distraction. But I would never find the form I need if these are spilled everywhere. Hey, you're back again. Ja. Oh, ich werde dich dann zu deinem Arbeit verlassen. Oh, ich bin sorry, aber ich kann es noch nicht zurückgeben. Aber ich muss nur sicher, dass ich es nicht benötige, um zu helfen zu helfen. Ich denke, die einzige Sache, die die größten Haare interessiert sind, ist, mit ihrem Baby zurückzukommen. Zu den Toren zur Villa. Mal schauen, ob der irgendeiner was weiß wegen... ... oder ob er hier was weiß, wegen dem Mixer. Er will nicht das. Er will seinen Drink. Äh, Wasser ist nicht ganz, was er gefragt hat. Ich denke, ich werde das für jemand anderes schlafen. Ich denke, er wird nicht interessiert, dass er das sieht. Ähm, Herr? Könnte ich vielleicht dich interessieren, und... ... Keine Rede, nur Chop. Oh, oh mein. Warum? Nein, ich denke, er wird nicht interessiert, dass er das sehen würde. Äh, ich denke, er würde es essen, aber ich bin nicht sicher, wie es mir benötigt. Okay, der schon mal nicht spinnt, vielleicht? Es ist nicht die Schlafen-Zeit. Es ist die Schlafen-Zeit. Hat mir den Spruch nicht schon mal? Ich glaube, ja. Hm, ja. Das Ding könnte definitiv benutzt werden, um die Garten trinken zu machen. Oh, aber wenn ich versuche, dass ich etwas verblendet habe, hat es nichts, was zu gehen. Ich will nicht nur auf dem Boden gehen. Vielleicht mal hier etwas draufstellen. Ah, aha! Gute Idee! Ah, die Rüllen habe ich noch gar nicht gesehen. Ich muss nicht den kleinen Blender fixieren, wenn ich eine große, wie diese jetzt habe. Also, der Garten in der Mansion wollte einen Drink, hm? Wenn ich es zu machen möchte, möchte ich es, wie er fragte, dann brauche ich noch etwas... ...zuig. Aber auch wenn ich es fertig mache, wird es genug, um ihn zu gehen? Ich denke... Vielleicht sollte ich mich darauf achten, was ich noch zu machen könnte, was, äh, meine Chancen helfen kann. Ich habe die Rülle hier noch gar nicht gesehen. Aha! Something juicy. Das ist super juicy. Kann ich sehen. Nach einer weiteren Zutat? Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Nach einer weiteren Zutaten? Wasser braucht nichts mehr. Es ist perfekt für die Hydration. Äh, nein. Ich habe genug. Ich will nicht schuldig sein. Nein, eine ist genug. Äh, es hat mich irgendwie an das Essen, Winfrey... Alles klar, wir... Dann gehen wir nochmal zu ihm und fragen, was er genau möchte. So. Um... Ich bin nicht sicher, ich kann... Ich wundere, was Grandpa würde sagen, wenn er mich hier benutzen würde. Und das... Es sieht, wie es alles fertig ist. Wieso nach einer weiteren Zutaten? Wir haben doch hier nur Wasser. Äh... Nein. Ich glaube, ich könnte es benutzen, um Dinge zu verbinden. Aber es ist nicht wirklich groß genug. Das ist definitiv was... Wir haben ja schon dazu gebacken. Also von daher brauchen wir jetzt eben noch eine Zutat. Was für eine Zutat denn? Wir haben was dickes. Wir haben was dickes. Wunderschöne? Wunderschöne... Ist das nicht das, was ich in der Zutat meus Ererschaft von diesem Ort zu helfen habe? Was zu legen? Weitere, wo es bei dem Feuer zu setzen... Nach dem letzten Mal? Dieser Mann hat nichts von meiner schönen Sachen verdient. Es muss nur mit dem Sidelock aufbauen werden. Keine Ahnung, mehr zu tun. Das Problem ist, dass dieser Kumpel hier hier verletzt wird. Nein, ich will das für Blending-Things behalten. Warte mal, unsere Toilette! Unsere super saubere Toilette, da finden wir doch bestimmt... Oh, da haben wir noch was drin. Nichts verdient, dass wir mit dem Kontakt kommen. Reynard wird nicht interessiert in das, ich glaube nicht. Töten den Mittressen einmal, war zu viel. Melons, yummy! Perfect for a muggy, hot place like this. Aber wir können ja keine mehr mitnehmen. Nah, one's enough. It looks like it's been there so long, it's turned as hard as rock. Blech! Okay, können wir das vielleicht hier irgendwie mitnehmen? Nein, können wir natürlich nicht. Boah. Okay. Sonst würde ich sagen, machen wir mal hier eine Pause. Aber wir sollen uns dann beim nächsten Mal wieder atmen. Was? Hey, stop that! This isn't your personal daycare. Go play somewhere else. Das hier ist der Verwaltungstroll übrigens. Das hier ist der Große, das ist der Kleine. Okay, machen wir mal eine Pause. Und, ähm... Ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder zurück aus der Hölle dann. Und, äh, macht das Glück oder bis zur nächsten Folge. Tschüss!